Hallo und willkommen zu einem weiteren Teil quergestreifte Muskulatur. Es wird um die Muskelfaser, gleich Muskelzelle gehen, aber auch um die motorische Endflatte und die motorische Einheit. Die Muskelfaser, die quergestreifte Muskelzelle oder Skelettmuskelzelle. Sie entsteht durch Verschmelzung vieler Einzelzellen, der Myoplasten. Folge, wir haben viele Zellkerne. Das Problem bei Gichtpatienten, wir haben auch viele Nukleinensäuren enthalten im Muskelfleisch. Die Muskelzelle ist nicht mehr teilungsfähig. Die Muskelzelle kann sehr lang sein. Muskel finden wir im Namen wieder als Myo oder Sarko. So heißt beispielsweise die Zellmembran Sarkolem. Das Zytoplasma heißt Sarkoplasma. Die Zellmembran ist an vielen Stellen schlauartig eingestülpt. Hier bilden sich die T-Tubuli, die transversalen Tubuli. Das Zytoplasma enthält eine besondere Form von endoplasmatischem Reticulum. Das nennt sich Sarkoplasmatisches Reticulum. Also auch hier nochmal Sarko für den Muskel. Das Sarkoplasmatische Reticulum ist ein Calciumspeicher. Dieser ist bei der quergestreiften Muskulatur stark entwickelt und bildet das sogenannte longitudinale System. Also die longitudinalen Tubuli. Jede Muskelfaser, also die einzelne Zelle, ist von Bindegewebe umgeben, das Endomycium. Die Muskelfasern werden dann zu Bündeln zusammengefasst. Darum ist wieder Bindegewebe, das Perimycium. Viele dieser Bündel bilden dann letztlich den Muskel. Auch darum widert dann Bindegewebe, das Epimycium. Und letztlich eine derbe Muskelfaszie. Durch die Bindegewebshüllen dringen die Blutgefäße und die Nerven zu den Muskelfasern durch. An den Enden der Skelettmuskeln gehen die Bindegewebshüllen in die Muskelsehnen über. Das heißt, hier erfolgt dann die Befestigung an den Knochen. Hier sehen wir eine Abbildung dazu. Wir sehen hier unsere Knochenstrukturen, links und rechts. Dann kommt die Sehne. Und die Sehne befestigt letztlich den Muskel an den Knochenstrukturen. Der Muskel im Querschnitt. Wir sehen die Muskelfaser, die einzelne Zelle mit Bindegewebe drumherum. Dann kommen die Bündel mit Bindegewebe drumherum. Und letztlich dann der Muskel selbst mit Bindegewebe drumherum. Das Epimycium geht über in die Muskelfaszie. Wir sehen auch hier eine Myofibrille. Die Myofibrille ist die kontraktile Struktur. Sie besitzt viele Mitochondrien. Wir brauchen sehr viel Energie, also sehr viel ATP. Und wir haben das Sarkoplasmatische Reticulum als Calciumspeicher. Die kleinste funktionelle Struktur ist das Sarkomäer, was wir hier sehen. Dieses besteht aus Aktin und Myosin. Das werden wir uns aber näher gleich anschauen. Die Knochen sind umgeben von der Knochenhaut, dem Periostium. Hier setzen die Sehnen an. Die Knochenhaut umhüllt den Knochen und sorgt für den nötigen Stoffaustausch. Es kommt zu ständigen Auf- und Abbauprozessen in der Knochenstruktur. Ich verweise auf das, was wir bei der Osteoporose gesagt haben. Außerdem bildet die Knochenhaut die Verbindung zwischen Knochen und Sehnen bzw. Bändern. Sehne Tendo. Ein Bindegewebiger Faserzug, der die Muskeln mit den Knochen verbindet. Das heißt, die Sehne überträgt die Muskelkraft auf die Knochenstruktur. Es gibt nur wenige Nerven und Blutgefäße in den Sehnen. Folge, bei Verletzungen kommt es zu einer schlechten Regeneration. Ein Band, ein Ligament ist eine Verbindung zwischen zwei oder mehr Knochen. Schauen wir uns nun die motorische Endplatte an. Das heißt, die Endigung des somatomotorischen Neurons. Wir sehen hier oben nochmal unsere Muskelstruktur. Und wir sehen dann das somatomotorische Neuron, was die motorische Endplatte hier unten bildet. Das heißt, das ist die Verbindung zwischen dem Nerven und der Muskelstruktur. Die Erregung des quergestreiften Muskels erfolgt nur über diese Motorneuronen. Die Erregungsübertragung vom Alpha-Motorneuron auf die quergestreifte Muskulatur findet also an der motorischen Endplatte statt. Wir haben eine neuromuskuläre Übertragung, also vom Nervensystem neural auf den Muskel muskulär. Wir sehen hier, Überträgerstoff ist das Acetylcholin. Acetylcholin wird frei und bindet dann postsynaptisch, hier haben wir unseren synaptischen Spalt, an die Rezeptoren der Muskelzelle. Es kommt zur Erregung. Die Erregung wird über die Zellmembran weitergeleitet in die sogenannten T-Tubuli. Also die Ausstülpungen der Zellmembran, diese hatten wir eben erwähnt. Hier kommt es dann zu einer mechanischen Kopplung der entsprechenden Rezeptoren, die Hydro-Huidin-Rezeptoren mit dem Sarkoplasmatischen Reticulum. Das ist das, was wir hier sehen, unser Calcium-Speicher. Calcium-Ionen werden freigesetzt und das führt letztlich dann zur Kontraktion des Muskels. Das werden wir uns im Detail anschauen. Schritt für Schritt. Wir haben unser Neuron, was hier ankommt. Die Nervenfaser teilt sich in Äste auf. Das Ganze ist stark verzweigt, damit wir eine möglichst große Kontaktfläche mit dem Muskel haben. Im Axoplasma finden wir, wie in allen anderen Nervenendigungen, auch kleine Bläschen-Vesikel mit Überträgerstoff. In dem Fall Acetylcholin. Es kommt ein Reiz aus dem zentralen Nervensystem, beziehungsweise hier vom Rückenmark dann an. Am Nervenende öffnen sich spannungsabhängige Calcium-Kanäle. Diese sehen wir hier. Das sind also spannungsabhängige Calcium-Kanäle, die sich öffnen. Calcium strömt in das Ende des Nerven ein. Es kommt damit dann zum Andocken der Vesikel an die Membran und der Vesikel-Inhalt, in dem Fall das Acetylcholin, wird freigesetzt. Zum Andocken ist das sogenannte SNAP25 erforderlich. Es wird also letztlich dann der Neurotransmitter Acetylcholin in den synaptischen Spalt abgegeben. Das ist die Exozytose, also das Ausschleusen des Neurotransmitters aus der Zelle. Das Acetylcholin reagiert dann mit den entsprechenden Rezeptoren. Post-Synaptisch, das sind in dem Fall Nikotinrezeptoren oder N-Scholinozeptoren der Muskelzelle. Es kommt dadurch zum Einstrom von Natrium, das heißt zur Depolarisation. Acetylcholin wird also freigesetzt aus den Vesikeln, diffundiert durch den synaptischen Spalt zur post-Synaptischen Membran. Und hier haben wir sub- oder post-Synaptische Einfaltungen. Das sehen wir hier. Dadurch wird die Oberfläche vergrößert. Acetylcholin bindet dann an die ligandabhängigen N-Nikotinrezeptoren oder N-Scholinozeptoren der Muskelzelle. Hier herrscht ein Ruhepotential von etwa minus 90 Millivolt. Dieses entsteht aus zwei Gründen. Zum einen durch die Natrium-Kalium-ATP-Ase. Es werden drei Natrium-Ionen aus und zwei Kalium-Ionen in die Zelle transportiert. Das heißt, es wird eine positive Ladung und geht verloren. Und zum anderen, der zweite Grund, sind die offenen Kalium-Kanäle. In der Zelle haben wir eine erhöhte Kalium-Konzentration. Wenn die Kalium-Kanäle offen sind, strömen die Kalium-Ionen aus der Zelle heraus. Sie diffundieren nach außen. Das Acetylcholin öffnet ligandabhängige Natrium-Kanäle. Das heißt, es kommt zu einem Natrium-Einstrom in die Muskelfaser. Das Potential wird dann positiver. Und wenn etwa minus 55 Millivolt erreicht sind, das Schwellenpotential, gehen spannungsabhängige Natrium-Kanäle auf. Das kommt zur schlagartigen Depolarisation. Das Potential wird null und sogar positiv, etwa 30 Millivolt. Die Natrium-Kanäle schließen und jetzt gehen Kalium-Kanäle aus. Das heißt, Kalium diffundiert durch die offenen Kalium-Kanäle aus der Zelle. Es wird repolarisiert, das heißt, das Potential wird wieder negativer. Und schließlich wird das Ruhrpotential von den minus 90 Millivolt wieder erreicht. Der Transmitter Acetylcholin erregt also die Muskelmembran und löst ein Aktionspotential aus. Solche Aktionspotentiale durch Natrium-Einstrom haben wir bei Muskel- und Nervenzellen. Die Skelett-Muskelzellen sind erregbar wie die Nervenzellen, können aber außerdem kontrahieren. Die Erregung breitet sich das Aktionspotential über die Muskelfasermembran aus, das was wir hier haben, in die T-Tubuli, die transversalen Tubuli. Und in diesen transversalen Tubuli sitzen Rezeptoren, die Dihydro-Pyridin-Rezeptoren. Diese ändern, wenn das Signal ankommt, die Konformation und beeinflussen damit das sarcoplasmatische Reticulum, unseren Kalziumspeicher, das was wir hier sehen. Also nochmal, die T-Tubuli, die tiefen Einstülpungen der Plasma-Membran ermöglichen, dass der Natrium-Einstrom der Reiz, die Depolarisation, schnell in das Zellinnere übertragen wird. Die Erregung wird über das T-System, letztlich auf das longitudinale System, also das sarcoplasmatische Reticulum, übertragen, den Kalziumspeicher. Kalzium-Ionen werden freigesetzt. In den transversalen Tubuli werden die spannungssensiblen Dihydro-Pyridin-Rezeptoren erregt. Diese besitzen im Gegensatz zur Herzmuskulatur bei der quergestreiften Muskulatur keine Kalziumkanäle. Das heißt, die Rezeptoren sind mechanisch gekoppelt, mechanisch verbunden mit den sogenannten Rhyanodin-Rezeptoren des sarcoplasmatischen Reticulums. Und in dem Fall ist das das Rhyanodin-1 im Skelettmuskel. Das sind Kalziumkanäle. Diese öffnen, wenn der Dihydro-Pyridin-Rezeptor erregt worden ist und Kalzium strömt in das Zellinnere aus dem sarcoplasmatischen Reticulum. Dadurch wird dann die Muskelkontraktion ausgelöst. Das werden wir uns im nächsten Teil näher anschauen. Es werden die sogenannten Myosin- und die Aktin-Filamente gegeneinander teleskopartig verschoben. Die Filament-Kleid-Theorie. Und das durch das freigesetzte Kalzium. Also das sarcoplasmatische Reticulum, unser Hohlraumsystem, als Kalziumspeiser, umschließt die Myofibrillen. Kalzium wird freigesetzt, diffundiert dann ins Zytoplasma zu den kontraktilen Filamenten. Außerdem fördert Kalzium die ATP-Bildung in den Mitochondrien. Das heißt die Energiebereitstellung. Wir brauchen Energie zur Muskelkontraktion. Hier kurz die Unterschiede zum Herzmuskel, also quergestreifte Muskulatur und Herzmuskel. Der Herzmuskel ist auch quergestreift, hat jedoch keine motorische Endplatte. Das Herz hat ein eigenes Reizbildungssystem. Und die einzelnen Muskelzellen sind dann durch Gap Junctions elektrisch miteinander gekoppelt. Das heißt wir haben elektrische Synapsen. Im Myokrat spielt der Kalzium-Einstrom die entscheidende Rolle. Das heißt die Dihydropyridin-Rezeptoren sind Teil von Kalziumkanälen. In dem Fall des L-Typs. Das heißt hier haben wir dann Rühr 2. Rühr 1 bei der quergestreiften Muskulatur ohne Kalziumkanäle. Rühr 2 bei der Herzmuskulatur mit Kalziumkanälen. Im Myokrat sind also die Dihydropyridin-Rezeptoren Teil eines Kalziumkanals, des L-Kalziumkanals. Im Skelettmuskel spielt der Kalzium-Einstrom durch diese Kanäle in die Zelle fast keine Rolle. Das heißt beim Herzen ist das anders. Es strömt ein bisschen Kalzium extrazellulär ein und triggert, öffnet damit die Kalziumkanäle, rührt 2 des Sarkoplasmatischen Reticulums. Das Sarkoplasmatische Reticulum ist bei den Skelettmuskeln stark entwickelt, beim Herzmuskel nur mäßig. Bei der Glattenmuskulatur nur wenig. Hier das Ganze noch einmal in einer Abbildung. Wir haben den Skelettmuskel Rühr 1. Der Dihydropyridin-Rezeptor reagiert praktisch mechanisch mit dem Rühr 1. Wenn die Depolarisation ankommt, kommt es also zur Konformationsänderung des Dihydropyridin-Rezeptors. Dies spürt der Rühr 1. Der Kalziumkanal geht auf. Anders beim Herzen, das was wir hier sehen. In dem Fall hat unser Dihydropyridin-Rezeptor einen Kalziumkanal. Das heißt, er wirkt als Kalziumkanal. Und durch den Einstrom des Kalziums reagiert dann Rühr 2, öffnet sich. Und damit strömt das Kalzium aus dem Sarkoplasmatischen Reticulum heraus. Nun zur motorischen Einheit ME. Die motorische Einheit ist das Ende der motorischen Nervenfaser. Also das Ende des Alpha-Motor-Neurons des somatischen Nervensystems. Mit den von diesem Nerven innervierten Skelettmuskelfasern. Also die motorische Einheit besteht aus einem Motor-Neuron, das in den Muskel verzweigt ist. Und jedes einzelne Motor-Neuron steuert durch ein Aktionspotential hunderte bis zu tausende von Muskelzellen. Das ist die motorische Einheit. Es gibt dazu passend dann die Innervationszahl, die Anzahl der MEs je Muskel. Je mehr MEs ein Muskel hat, desto genauer, desto feiner kann die Steuerung erfolgen. Bei den Augenmuskeln beispielsweise haben wir viel mehr MEs als im Bereich der Wadenmuskulatur. Es gibt zwei Arten von Fasern, von Zuckungsfasern. Die eine Form kann in die andere umgewandelt werden. Es gibt die S-Fasern, slow, also die langsamen, für die Dauerleistungen, für Halterarbeiten beispielsweise. Das sind die roten Muskeln. Diese enthalten viel Myoglobin, Myoglobin als Sauerstoffspeicher und viel Fett als Energie. Anders die F-Fasern, Fas, das sind die weißen Muskeln, für die schnelle Kontraktion, rasches Laufen beispielsweise. Diese ermüden jedoch auch rasch und enthalten viel Glykogen. Am Schluss ein paar Worte zum Acetylcholin als Überträgerstoff. Wir sehen hier die Strukturformel. Wir haben an dieser Stelle die Essigsäure. Und der andere Rest ist ein Aminoalkohol. Das heißt, wir haben eine Aminogruppe, in dem Fall eine Quartera-Aminogruppe, die immer geladen ist, pH-unabhängig. Und hier hinten eine OH-Gruppe. Also der Aminoalkohol ist das Scholin. Stammt aus der Nahrung und geht durch Scholin-Kaläle in die Zelle. In der Zelle wird das Ganze dann mit Essigsäure verbunden, also mit Acetyl-CoA mittels Transferase. Also in der Zelle entsteht dann das Acetylcholin. Dieses muss jetzt in die Vesikel transportiert werden. Das Vesikelinnere ist sauer. Protonen werden mit der Protonen-ATPase in das Innere der Vesikel transportiert. Und Acetylcholin wird jetzt im Austausch gegen diese Protonen in die Vesikel transportiert, durch einen Antiporter. Also Acetylcholin in die Vesikel hinein, die Protonen aus dem Vesikel heraus. Acetylcholin wird dann ja in den synaptischen Spalt freigesetzt und wird hier schnell abgebaut. Durch die Acetylcholinesterase entstehen wieder unsere Ausgangsstoffe, Scholin und Essigsäure. Und Scholin wird dann wieder in die Prä-Synapse durch den Scholin-Kanal aufgenommen. Nur als Anmerkung, das Hemi-Scholinium kann diese Wiederaufnahme hemmen. Die Substanz wird jedoch therapeutisch nicht verwendet. Das war der zweite Teil quergestreifte Muskulatur. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.